geblendet von deiner strahlkraft thomas hallo folge 10 folge 10 schon folge 10 wahnsinn und du bist jetzt das dritte mal dabei wieder zum thema krieg und frieden jetzt du hattest mir letztes mal von drohnen erzählt und davon von mali so viel krieg gibt es doch gar nicht mehr auf der welt es gibt irre viel krieg auf der welt das kriegt man hier noch nicht mit in allen möglichen ländern aber was uns betrifft was die deutschen betrifft sind natürlich einige wenige länder vor allem afghanistan ach wir sind doch in afghanistan aber ja mit paar tausend leuten genau genommen über 4000 soldaten wir haben 4000 soldaten in afghanistan mehr mehr als vierter ok erst mal seit wann sind die schon seit ende 2001 also am anfang war es nicht so viele zwischendurch waren es mal viel mehr es waren mal über 5000 fast 6000 und jetzt wird es langsam runtergefahren ok erst mal fangen wir damit an warum sind wir in afghanistan ja 911 also 11 september 2001 world trade center da war ich so jung da warst du so jung die meisten zuschauer vielleicht ja auch da flogen also diese flugzeuge in new york und auch in washington in die häuser das war ein terroranschlag und darauf haben vor allem die usa reagiert und dann haben viele andere länder auch deutschland gesagt wir unterstützen die usa dabei das zentrum oder die ausbildungszentren der terrororganisation die dafür verantwortlich war nach amerikanischer lesart war in afghanistan und daraufhin gab es eine militäraktion der usa und verbündeter länder gegen afghanistan die dann über die jahre sich gewandelt hat in eine befriedungs und aufbau mission für afghanistan und die läuft immer noch nach über zwölf jahren so jetzt sind sie seit zwölf jahren da also sind sie so erfolgreich dass sie immer noch da sind und sagen wir müssen die arbeit fortsetzen oder wie ist die situation also die situation ist schwierig haben wir den krieg erst mal gewonnen das ist schwer zu sagen auch den nicht ja es war ja kein kein krieg im von krieg wer hat dann gegen wen gekämpft also es haben die usa die verbündeten hinterher auch die nato führen einen krieg wie man wie das so schön heißt einen asymmetrischen krieg da sind nicht zwei heere die gegenüberstehen sondern es gibt sozusagen aufständische guerrilla all diese begriffe insurgents die versuchen gegen die regierung von afghanistan die vom westen unterstützt wird auch mit truppen vorzugehen mit anschlägen also es ist so ein so ein kleinkrieg wenn es nicht so erfahrungslos klingen würde okay wie war das vor 2001 gab es auch schon regierung die pro westlich war oder kam die kam die danach eben nicht das war genau das problem da gab es eine regierung die ganz und gar nicht pro westlich war die auch streng islamistisch ausgerichtet war und die dieser terrororganisation der al-qaida ermöglicht hat solche trainingsgebiete rückzugsgebiete also praktisch einen sicheren hafen für die zu schaffen und es ging und geht eigentlich darum das zu verhindern dass sowas wieder entsteht aber ob das erfolg hat ist jetzt die nächste frage kann man ganz schwer sagen es gibt eine regierung in afghanistan es gibt weiterhin aufständische es gibt jedes jahr tausende von zivilen toten auch durch anschläge der aufständischen oder überwiegend durch anschläge der aufständischen und es gibt weiterhin einen krieg aber die westliche strategie ist jetzt zu sagen gut diese regierung die es ja gibt in afghanistan muss so stark werden mit ihrer eigenen polizei mit eigenen streitkräften dass sie die sicherheit im land selber unter kontrolle bringen kann okay wie war das noch mal vor 2001 da war das einzige unterschied zu heute ist dass es keine pro westliche sondern eine quasi anti westliche regierung war im grunde genommen ja das haupt problem war es war ein rückzugsort und trainings ort für islamistische terrororganisation waren das diese taliban das waren diese taliban taliban haben bis 2001 bis zum 11 september quasi afghanistan beherrscht ein bisschen länger also bis im grunde genommen die amerikaner vor allem militärisch da reingegangen sind okay und da sind die amis gekommen da sind wir gekommen haben das quasi das war das in intervention kann man so sagen ja quasi das land erobert könnte man auch sagen ja und seit zwölf jahren besetzen wir afghanistan ja kann man so sagen der punkt ist besetzen heißt auch immer gegen den willen der regierung und gegen den willen der mehrheit im land das ist so einfach nicht zu sagen okay wer hat eine kontrolle in afghanistan also sind es die amis ist es die nato formal aber formal hat die afghanische regierung die kontrolle und du sagst formal also eigentlich nicht naja das problem ist bislang ist die afghanische regierung und ihre eigene ihr eigener sicherheitsapparat nicht stark genug um wirklich die kontrolle über das ganze land zu haben aber es gibt es gibt gebiete die sind de facto unter der kontrolle der taliban du hast gesagt wir sind jetzt elf jahren seit zwölf jahren da seit elf jahren verwalten wir das ding jetzt quasi wir haben seit elf jahren nicht geschafft eine afghanische armee zu trainieren damit die sich alleine verteidigen kann oder ihr volk verteidigen kann das klingt bitter ist aber so wie kann sowas sein hat verschiedene gründe ein ganz wichtiger grund ist dass die amerikaner vor allem sehr massiv reingegangen sind mit truppen 2001 2002 und zwei wie viele waren das zigtausende also insgesamt gab es zeitnah waren weit über 100.000 130.000 ausländische soldaten dort das problem war dass die amerikaner 2003 andere probleme hatten welche ein krieg im irak ach der andere wichtige der andere wichtige krieg das hat dazu geführt dass sehr viele truppen der amerikaner aus afghanistan abgezogen wurden dass so eine art vakuum kam und im grunde genommen hat dann diese dieses vakuum den taliban ermöglicht zurückzukehren wieder eigene strukturen aufzubauen und auch wieder gebiete unter ihre kontrolle zu bringen okay du sagst nachdem wir drin waren waren 150 100.000 ausländische soldaten drin die meisten amerikaner dann kam der und dann wurden wahrscheinlich 50 bis 80 prozent abgezogen so etwa ich weiß ich genaue zahl weiß ich nicht aber es könnte so in die richtung wurden abgezogen und diese lücke diese entstanden ist die wurde nicht geschlossen von anderen von anderen staaten nicht von deutschen und das hat den taliban jetzt wiederum ermöglicht gebiete zurückzuerobern oder ja also es ist ja nicht es ist kein herkömmlicher krieg es ist also nicht so dass dann die große taliban army einmarschiert und ein gebiet besetzt sondern es sind ja es geria taktik nicht dass die bestimmte ortschaften unter kontrolle bringen bestimmte regionen unter ihre kontrolle bringen wie machen die das du warst ja selbst schon mal ein paar mal in kabul erzähl uns was kabul ist ja nicht das hauptproblem ist sind diese diese ganzen da diese irre vielen kleinen dörfer diese kleinen entlegenen gebietes ist ja ein relativ großes und vergleichsweise dünn besiedeltes land es passiert dann damit dass die taliban in ganzen regionen eigene strukturen aufbauen wir haben dann ihren eigenen gouverneur und ihre eigene gerichtsbarkeit und da kommt dann noch ein anderes problem dazu es gibt eine regierung und ein verwaltungsapparat der ist aber ziemlich korrupt nach westlichen maßstäben ist er verdammt korrupt das führt dann teilweise dazu dass leute sagen okay politisch sind die taliban nicht mein ding aber die haben es wenigstens im griff und da gibt es keine bestechung sondern die fackeln nicht lange und da wird entschieden da gibt es keine doppelmoral ne in dem sinne nicht es gibt zwar nicht die die nach unserem verständnis die die menschlich richtige ist aber es gibt keine doppelmoral das heißt wer wer führt da die talibanische die afghanische regierung an der hamid karzai der präsident schon mal gehört da ist das problem in 2014 gibt es wieder eine wahl er darf aber nicht wieder antreten nach der verfassung weil schon zwei amtszeiten präsident war hat er sich denn jetzt schon nachfolger ausgeguckt das weiß man noch nicht das ist im moment noch sehr unklar und damit ist auch ziemlich unklar wie das nach 2014 weitergeht also die isaaf mission jetzt läuft ja alles unter isaaf international security assistance force die wird von der nato organisiert die geht ende 2014 raus danach soll es nur noch ausbildungsunterstützung geben aber da bleiben natürlich auch deutsche soldaten zum beispiel noch drin um afghanische polizisten und soldaten auszubilden aber bis dahin sind wir noch als kampftruppe drin das heißt wir wir sind da auch immer noch um die stellung zu halten und so weiter im wesentlichen schon und es gab zum beispiel gestern den fall da wurde ein deutscher soldat verwundet bei einer aktion es gibt natürlich diese aktionen wo gezielt aufständische oder anführer gesucht und festgenommen werden die deutschen sagen nur festnahme die amis machen sowas auch und die sagen festnahme oder abschießen capture and kill kill or capture wie bei bin laden so ähnlich ja es ist im grunde genommen das gleiche gleiche muster 2014 sind wir also raus nach nein nein also die meisten sollen raus sein wie viele danach bleiben weiß im moment noch keiner das muss doch irgendeiner wissen gibt es da gar keinen plan ja das problem ist der plan hängt davon ab wie viele amerikaner da bleiben weil das entscheidet auch wie viele andere nationen wie viele soldaten dort lassen werden und jetzt abschließend ich meine wandern insgesamt 13 14 jahre drin hat das im endeffekt wirklich was gebracht ich meine wenn wir jetzt reingegangen sind haben da dass das regimen gestürzt haben neues installiert und jetzt gehen wir raus und ich meine wie muss man sich das vorstellen wird es passieren dass die beiden fraktionen oder die verschiedenen gruppen da wie aufeinander stürzen oder es kann passieren es kann passieren also ein bürgerkrieg danach ist nicht ausgeschlossen warum warum gehen wir da nicht raus und sagen aber wir gehen erst raus wenn wir da frieden geschaffen haben tja weil das vielleicht noch jahrzehnte dauern kann und weil das in deutschland und den anderen westlichen ländern eigentlich keiner mehr möchte und das ist doch krass die können wir nicht an den tisch bringen es gibt versuche aber ob die erfolgreich sind weiß im moment noch keiner aber wir haben es über die jahre schon probiert es gab immer mal wieder anläufe klar aber es ist im moment eine offene frage und scheitert es an an beiden seiten oder sind es immer die taliban die nicht fahren wollen natürlich sagen die offiziellen seitnehmer sind immer die taliban die nicht wollen die taliban sind aber auch im grunde genommen stark genug und haben den luxus dass sie sagen können wir warten bis der westen raus ist bis die soldaten weg sind und dann legen wir wieder los clever bedrückend das war's für diesmal danke